Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Quick Guide. Heute mal wieder mit einem Flipper von Williams und zwar dem Whirlwind. Auf dem Playfield kann man sehen, dass es zum einen mal wieder geputzt werden müsste, zum anderen ist aber dieses Wirbelwind-Thema allgegenwärtig. Wir haben hier diese drei kleinen Scheiben, die sich auch in alle Richtungen drehen, wenn wir später Kugeln einloggen müssen oder in den Multiball kommen. Auch rechts oben ist noch ein Flipperfinger, da sind die Schüsse auch nicht gerade leicht. Also man muss sagen, der Flipper ist auf jeden Fall ein bisschen schwer reinzukommen, aber er macht auf jeden Fall Spaß. Wir drücken Start, wir passen beim Abzug ein bisschen auf, damit wir einen Skillshot holen können. Wir wollen nämlich hier in diese Feel the Power Bank rein und ganz links haben wir 300.000, ganz rechts ist 100.000. Wenn wir natürlich jetzt hier, wie in diesem Fall, zwei abräumen, gibt es natürlich noch mehr Bonus. Also immer vorsichtig beim Abzug. Der Flipper steht übrigens in unserem Hotelzimmer und zwar ist dieses Hotel direkt über dem Extraball Flipper Museum in Neuwied. Also ich kann euch nur empfehlen, der Besuch im Museum ist super und wenn ihr dann länger bleiben wollt, bleibt über Nacht und spielt die ganze Nacht weiter. Was müssen wir machen? Ein richtiges Endspiel haben wir nicht. Wir wollen aber erstmal den Multiball erreichen. Und zwar müssen wir dafür die Ziele treffen, die jetzt hier auch beleuchtet bzw. am Blinken sind. Also Northwest und Northeast. Die müssen wir treffen, damit wir eine Kugel einloggen können. Diese Ziele sind auf dem ganzen Flipper verteilt. Also wir haben acht Stück insgesamt. Also ihr müsst schon gucken, welche da getroffen werden müssen, weil einige sind auch ein bisschen versteckt. Aber die sind ja auch alle am Blinken. Also ihr werdet die eigentlich relativ schnell finden. Also wenn da irgendwo was angezeigt wird vom Kompass, ihr müsst nicht lange suchen, dann findet ihr die Sachen auch. Aber wie gesagt, die sind komplett verteilt. Haben wir jetzt die Sachen getroffen, die wir treffen müssen, dann fangen hier die Teller an zu drehen und es wird ein bisschen stürmisch. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und dann müssen wir natürlich versuchen, die Kugel einzulocken. Aber auch gerade der Topper bei dem Flipper, der ist natürlich richtig cool, wenn man hier noch so eine steife Brise ins Gesicht gepustet bekommt. Und auch hier hinten auf dem Backboard, wenn dann nachher das Blitzlichtgewitter losgeht. Also das ist doch schon sehr atmosphärisch. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Jetzt können wir hier auf der rechten Rampe, haben wir gesehen, Lock ist beleuchtet. Hier können wir jetzt die Kugel einloggen. Das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Jetzt müssen wir danach wieder diese kleinen Ziele treffen. Und wir haben auch hier zum Beispiel an der Rampe sind auch nochmal zwei Stück. Und wenn wir dann wieder die nötigen Ziele getroffen haben, dann können wir die nächste Kugel einloggen. Genau auf die gleiche Art. Ein Nebeneffekt ist auch, wenn wir eine Kugel eingeloggt haben, kriegen wir hier einen Bonus-Multiplikator. Das heißt, im zweiten Multiball, wenn wir da sechs Kugeln eingeloggt haben, können wir uns später auch noch den Extra-Ball holen. Jetzt geht die Rampe gleich nach oben hin. Genau, jetzt können wir die letzte Kugel einloggen. Wenn wir jetzt die dritte Kugel eingeloggt haben, dann geht es auch hier mit dem Multiball los. Wir gehen aber jetzt mal eben kurz in den Quick-Multiball. Quick-Multiball heißt, dass wir hier nur zwei Kugeln haben. Den können wir vorher auslösen, bevor wir dann alle zwei Kugeln und dann die dritte Kugel eingeloggt haben. Oder natürlich als eine der Awards. Und was man natürlich jetzt hier schaffen muss, das sieht man auch wahrscheinlich ganz schön, wir müssen oben wieder die linke Rampe, also vorzugsweise mit dem rechten Flipperfinger oben, müssen wir jetzt versuchen, die Rampe da hochzukommen. Und das ist gar nicht so leicht, ähnlich wie bei Adams Family. Also man muss immer gucken, dass man hier alles gleichzeitig irgendwie auf die Kette kriegt. Ich habe ja gesagt, oben, wenn da durch den Spinner durchkommt, kann man relativ easy mit dem rechten Flipperfinger da hoch. Aber was heißt easy? Man muss die Rampe wirklich perfekt treffen, damit die Kugel auch rüberrollt. Rechts neben dieser Rampe, da haben wir jetzt auch noch ein Northwest-Ziel. Also da ist auch noch eins versteckt. Und wenn wir nachher in diesem Quick-Multiball sind, dann können wir hier die linke Rampe hochspielen und können uns dann hier diese One Million abholen. Also die Schüsse sind auf jeden Fall auch wichtig, weil eine Million ist eine ganze Menge hier. Links neben der Rampe haben wir auch noch dieses Drop-Target. Da können wir nachher diesen Quick-Multiball starten. Aber dieses Drop-Target ist auf jeden Fall auch insofern interessant, weil wenn wir nämlich die Rampe treffen, was wir jetzt tun, dann können wir uns hier direkt nochmal ein bisschen Bonus abholen. Also dass wir dieses Ding auch ein bisschen weiter nach oben hinschaufeln, dass wir nachher auf jeden Fall noch den richtigen Bonus erhalten. In der rechten Inlane, da können wir die Cellador beleuchten. Die ist auf der linken Seite, wobei die Cellador gar nicht so interessant ist, weil da bekommen wir halt nur einen Bonus. Viel wichtiger ist rechts daneben diese Super-Cellador. Da bekommen wir auf jeden Fall wesentlich mehr Punkte. Am Anfang ist sie beleuchtet, später können wir sie beleuchten durch Spielen der linken Rampe. Und da können wir sehen, unter der Punkteanzeige, was wir uns hier für Awards abholen können. Haben wir es tatsächlich geschafft, alle zu holen, können wir uns nachher noch einen Mega-Door-Bonus holen. Immer wieder wichtig. In der linken Innenbahn können wir die Spinner beleuchten. Da haben wir ja gerade schon gesehen, wo wir hinspielen müssen. Und dann können wir auch direkt wieder die Skyway-Talls einsammeln. Das ist auch nicht verkehrt. Diese Skyway-Talls, die sammelt man während des ganzen Spiels. Insbesondere, wenn man die Rampen spielt, hat man 25, kriegt man nachher auch nochmal einen extra Ball. Und dieser Bonus wird von Ball zu Ball getragen. Also da fett zu sammeln, lohnt sich immer. Letzte Sache, die ich erwähnen kann, ist hier unten der Pin. Also wenn die gerade runterkommt, keine Panik, alles gut. Und das ist auch alles, was ich erklären kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und würde sagen Au Revoir. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und würde sagen Au Revoir.